Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich bin gerade schon dabei hier wieder klar Schiff zu machen, Ordnung zu machen. Luca ist nämlich im Kindergarten, aber der kleine Mann hat heute Morgen noch fleißig hier gespielt und wollte unbedingt die Pippi haben. Hallo! Hallo! Ey! Was hast du denn da? Sag mal! Ja, was machst du denn da? Hä? Du rüber! Sag mal! So! Ja, hier ist die Pippi. Er wollte dann halt seinen Arztkoffer noch haben, den hat er sich rausgekramt und dann hat er halt die Pippi verarztet. Der ist nämlich gestern nochmal aufgewacht, gestern Abend, und ist dann zu mir rüber ins Zimmer gekommen. Und ich hatte eine Serie geguckt über Ersthelfer. Das ist schon eine alte Serie, auch mit einem Rettungshubschrauber. Und das wollte Luca dann heute Morgen nachspielen. Deswegen musste die Pippi halt verarztet werden und musste dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. So süß! Ich muss sagen, das hat mich voll wieder an meine Kindheit erinnert, weil ich habe damals auch immer, wenn ich irgendwelche Serien geguckt habe oder gesehen habe, habe ich das auch ganz gerne nachgespielt. Ja, jetzt muss ich aber erstmal hier wieder alles soweit aufräumen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und wir sehen uns dann nach dem Intro wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, ich räume jetzt eben schnell das hier alles auf und weg. Carlo hat sich wieder was zum Spielen gemobst. Ich lasse das jetzt einfach alles erstmal hier liegen und sitzen. Ja, komm Pippi, dir ziehen wir wenigstens deine Socken an. Du wirst dann nach dem Kindergarten weiter versorgt. Das hätten wir jetzt schon mal. Jetzt muss ich hier noch eben schnell das Bett von Luca machen. So, perfekt. Hier liegen die kleinen Mäuse. Hier ist unser Milan. Der hat heute ein Steifstrampli an. Ich fand den so süß, ich wollte den einfach auch mal wieder ihm anziehen. Hier sind die beiden Mädels. Die sind auch so süß in ihren Stramplis. Aber ich werde sie trotzdem jetzt mal umziehen mit euch zusammen. Ich suche jetzt alles raus für die zwei und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, die Mädels sind auch fertig umgezogen für heute. Ich habe den heute mal Handmaid-Strampler angezogen. Total süß. Unsere Maja liegt auch schon hier wieder im Bettchen. Und Elli habe ich jetzt hier noch auf meiner Arme. So sieht man es, glaube ich, hier oben halt mit so einem Strickmuster. Und dann hier mit Blümchen. Dann hat sie einen weißen Langhambody drunter. Und weiße Söckchen. Die kleine Maus. Und ja, irgendwie sieht die gerade so süß aus hier auf der Arme. Ja, und hier ist unsere Maja-Maus. Maja hat diesen Handmaid-Strampler an. Auch mit Blümchen, mit Rosen drauf. Auch einen weißen Langhambody drunter. Und dann hat sie rosafarbene Socken an. Ja, der hier ist auch süß mit der Spitze hier in der Mitte. Da ist Carly wieder. Suchst du dir jetzt wieder was Neues zum Spielen aus? Der Herr verbummelt mir nämlich immer alles. Guckt. Zack, ist der wieder da. Du bist so frech. Hallo. Der weiß genau, wo die Arsche ist. Sag mal du. Du Lumpi. Hä? Du Lump. Elli-Maus lege ich jetzt auch einfach mal wieder hier ins Bettchen. Zack. So. Kleine süße Maus. Dann hast du irgendwo hier noch dein Schnuffeltuch. Ups. Runtergefallen. So. Da ist dein Schnuffeltuch. Und die Decke. Und dann hier einmal Maja-Maus. Genau. Da tun wir auch die Decke jetzt zusammenlegen. Bei den beiden Elefanten bin ich schon am überlegen, ob ich die nicht hier aus dem Bettchen rausholen soll. Weil irgendwie das sonst hier ein bisschen zu eng wird. Hier im Bettchen. Ne? Ihr Süßen. Jetzt räume ich hier noch auf. Und dann ist das nämlich auch schon durch. Ja. Dann bin ich heute eigentlich soweit durch. Beziehungsweise ich habe schon was auf dem Plan. Ich möchte nämlich noch was für euch abdrehen. Aber ich möchte euch auch nicht ständig, ich sage jetzt mal, damit nerven. Ich meine, ich habe im Moment super viel Spaß daran, kleine Videos und Reels zu drehen. Aber ich möchte euch auch nicht immer damit nerven und möchte euch schon auch normale Videos zeigen. Aber ich werde jetzt trotzdem erst mal noch das abdrehen, was ich abdrehen möchte. Und würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So. Luca ist auch wieder zu Hause. Ich habe den kleinen Mann gerade vom Kindergarten abgeholt. Ne? Süßer Schatz. Jetzt werden wir Luca eben schnell umziehen. Ne? Eine gemütliche Hose anziehen. Und dann denke ich mal, wird es auch gleich soweit sein, dass wir Mittag essen. Ich habe aber in der Zwischenzeit noch das geschafft, was ich schaffen wollte. Allerdings bin ich nicht so ganz zufrieden damit. Also, ja, ich muss mal schauen, was ich daraus mache. Ansonsten muss ich es nochmal neu machen. Also, ja, manchmal ist das so, weil manchmal, manchmal dann, ja, fühlt man sich da nicht wohl mit. Aber, ja, schauen wir mal. Genau. Luca hat heute wieder seinen süßen Pullover hier an. Ich finde den so toll an ihm. Und zwar diesen hier. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut sehen. Da steht, äh, Mami's Boy drauf. Zu dem Pullover gehört eigentlich noch so eine Jogginghose. Die können wir dir jetzt gleich auch mal anziehen, ne? Wie sieht es mit deiner Pampi aus, mein Schatz? Brauchst du nicht? Okay. Okay, dann hole ich dir eben deine Jogginghose raus. Und zwar ist das diese hier. Die ziehen wir dir jetzt an. Einmal hinlegen. Schwupps. Schwupps, du Rübe. So, und dann ziehen wir dir eben die Hose aus. Na, wo ist die Socke? Na, wo ist die Socke? Da ist sie. So. Einmal Socke wieder an. Dann ziehen wir die Hose an. Zack. Die Hose über dem Bobbes. So. Und dann kannst du spielen. Ja. Ja. Wir können, wir gehen gleich erst Mittag essen. Du kannst noch ein bisschen was spielen, mein Schatz. Ja, komm. Zack. Schwupps. So. Die Pippi liegt da noch. Ich habe ihr nur Socken angezogen. Möchtest du mit der Pippi wieder spielen? Ja? Okay. Luca ist wieder glücklich. Er, äh, wollte unbedingt mit seiner Pippi wieder spielen. Und seinen Arztkoffer. Also gut, dass ich das nicht weggeräumt habe. So. Ich muss mal eben hier gucken. Wart ihr heute im Turnraum? Nein? Nee, wart ihr wirklich nicht. Okay, Pampis reichen auch noch. Oh, okay. Dann passt das alles. Und dann packe ich jetzt alles wieder so weit weg. So. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich bin gerade so ein bisschen, ja, so, ja, müde. Egal. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal hier weiter. Wir werden jetzt gleich Mittag essen. Und dann werde ich den kleinen Mann hier auch zum Mittagsschlaf hinlegen. Wie gesagt, er spielt mit seiner Pippi. Oh, weia. Tust du deine Pippi eine Spritze geben? Ja? Oh, je. Hat die nicht Angst davor? Nein? Und gleichzeitig hörst du deine Pippi ab. Aber du musst deine Pippi höher abhören. Oben ist das Herz. Okay, der Bauch rummelt. Ah, okay. So süß hier, der süße Mann. Ja, hier ist alles soweit wieder ordentlich aufgeräumt. Die Kleinen schlafen auch wieder. Die süße Elli und die Maya. Und da ist der Milan. Heute Nachmittag, ja, habe ich einiges zu tun. Ich muss nämlich Videos bearbeiten. Ich hatte gestern noch ein kleines Video für euch gedreht, das definitiv dann heute Abend online gehen muss. Dann möchte ich natürlich dieses Video hier für euch bearbeiten. Die Reels bearbeiten, die ich jetzt gedreht habe, in der Hoffnung, dass da was geworden ist. Beziehungsweise, dass ich da irgendwie was noch retten kann. Ja, genau. Also ich habe heute viel zu tun, heute Nachmittag. Deswegen überlege ich gerade, ob ich mich jetzt schon verabschiede bei euch. Ich glaube, ja. Ich würde mich gerne jetzt schon hier aus diesem Video bei euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht, mich zu begleiten hier. Ich würde sagen, ich wünsche euch natürlich an dieser Stelle noch einen schönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video gesehen habt. Wir sehen uns dann definitiv ganz, ganz bald wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.